Was passiert nach einer Substitution mit den Integrationsgrenzen? Um diese Frage beantworten zu können, muss man erst einmal verstehen, was Substitution für die Integrationsvariable und das sie beherbergende Koordinatensystem bedeutet. Schauen wir uns dazu folgendes Beispiel an. Gesucht ist der Flächeninhalt der grauen Fläche. Um den skizzierten Flächeninhalt zu bestimmen, müssen wir also das folgende Integral berechnen. Integral von minus 1 bis minus 2 Fünftel von e hoch 5x plus 2 dx. Dazu substituieren wir 5x plus 2 durch t. Genauer setzen wir t gleich t von x gleich 5x plus 2. Und damit ist auch schon alles passiert, was Substitution ausmacht. Was jetzt folgt, ist sehr wichtig, um den Mechanismus hinter der Substitution zu verstehen. Durch den Übergang von x zu t hat eine sogenannte Koordinatentransformation stattgefunden. Vor der Substitution ist x die Integrationsvariable. Das heißt, wir berechnen ein Integral in der x-Welt. Nach der Substitution ist t die Integrationsvariable. Und das heißt, wir berechnen ein Integral in der t-Welt. Der Übersetzer zwischen den beiden Welten, also zwischen der x- und der t-Welt, ist in unserem Beispiel die Funktion t von x gleich 5x plus 2. Sie beschreibt, wie alles, was in der x-Welt existiert, in der t-Welt aussieht. Durch die Substitution t gleich t von x gleich 5x plus 2 haben wir also unsere eigene Welt, die t-Welt, erschaffen. Um ein in der x-Welt lebendes Integral in der t-Welt zu berechnen, müssen wir mit Hilfe unseres Übersetzers t von x alle Bestandteile des Integrals aus der x-Welt in die t-Welt transportieren. Als erstes stellen wir uns dazu die Frage, wie die Funktionsvorschrift f von x gleich e hoch 5x plus 2 in der t-Welt aussieht. Die Antwort gibt uns unser Übersetzer. Das heißt, t gleich t von x gleich 5x plus 2. In der t-Welt hat f von x offenbar die Gestalt g von t gleich e hoch t. Als nächstes stellen wir die Frage, wie unsere Integrationsgrenzen in der t-Welt aussehen. Die Antwort gibt uns wieder unser Übersetzer t gleich t von x gleich 5x plus 2. Der unteren Integrationsgrenze minus 1 in der x-Welt entspricht, als untere Integrationsgrenze in der t-Welt t von minus 1 gleich minus 3. Entsprechend lautet die obere Integrationsgrenze x gleich minus 2 Fünftel in der t-Welt t gleich 0. Zum Abschluss bleibt die Frage, wie denn dx in der t-Welt ausschaut. Wenn wir uns zurückerinnern, beschreibt dx die Breite eines Teilintervalls in der x-Welt. Die Frage ist also, wie wird diese Breite in die t-Welt übersetzt. Und das geschieht mithilfe der Ableitung unseres Übersetzers t von x gleich 5x plus 2, also mithilfe von t' von x gleich 5. Dazu erinnern wir uns, dass wir die Ableitung t' durch das Steigungsdreieck dt geteilt durch dx ausdrücken können. Das heißt, es gilt, dt geteilt durch dx ist gleich t' von x ist gleich in unserem Fall 5. Diesen Ausdruck, den können wir nach dx auflösen und auf diese Weise erhalten wir die Entsprechung von dx in der t-Welt. Denn es ergibt sich, dx ist gleich dt geteilt durch 5. Damit haben wir alles, was in der x-Welt zur Integralberechnung erforderlich ist, in die t-Welt übersetzt, sodass wir das Integral nun genauso gut in der t-Welt berechnen können, beziehungsweise besser in der t-Welt berechnen können. Tun wir das. Also, wir betrachten wieder unsere ursprüngliche Rechnung. Hier haben wir schon t von x gleich 5x plus 2 als unseren Übersetzer genannt. Mithilfe von t' von x haben wir dx in die t-Welt transformiert. Und mithilfe unseres Übersetzers t von x gleich 5x plus 2 haben wir ferner den Integranten f von x gleich e hoch 5x plus 2 in die t-Welt übersetzt und als Übersetzung g von t gleich e hoch t erhalten. Ebenfalls mit unserem Übersetzer t von x gleich 5x plus 2 haben wir schließlich auch die Integrationsgrenzen aus der x-Welt in die t-Welt übersetzt und können das ursprüngliche Integral nun vollständig in der t-Welt lösen. Konkret bedeutet das, dass wir nun die grau markierte Fläche in der t-Welt bestimmen. Und diese Fläche hat denselben Flächeninhalt wie die grau markierte Fläche in der x-Welt. Zum Abschluss bleibt vielleicht die Frage zu klären, warum man überhaupt eine Substitution, das heißt eine Koordinatentransformation, durchführt. Schauen Sie sich dafür die beiden Integrale an, und zwar einmal in der x-Welt und einmal in der t-Welt. Beide Integrale liefern dasselbe Ergebnis. Aber das Integral in der t-Welt ist viel einfacher zu lösen, weil es ein Grundintegral ist. Und genau hier liegt der Sinn von Substitution. Übersetze das Integral in der x-Welt durch eine geeignete Substitution in ein Integral in einer anderen Welt, wo es einfacher zu lösen ist, aber dasselbe Ergebnis liefert. So ist das. 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 Untertitelung des ZDF, 2020